Check, Bams! Und da sind wir jetzt wieder. Und wir sind hier am Trockner. Ich weiß nicht, der Akku kann sein, dass er gleich abschmiert. Aber hier, der Trockner hat unseren Sachen drin. Ich hoffe mal nicht gleich kommt XXXXS Rafa Collection raus. Herrlich, ey. Rafa Collection ist ein Insider hier. Hast du es schon gemacht? 33, ne? Ja, Nummer 33. Und ja, so wäscht man seine Sachen hier. Auch in La Rochelle. Soll man nicht meinen. So wäscht man seine Sachen hier, da geht's ab. Richtig krass. Und der Akku ist auch leer. Und da habt ihr mal keinen Eindruck gehabt, wie wir unsere Wäsche waschen.